Letztes haben wir Granny 1 geackt. Schauen wir uns mal Granny 2 an. Also, jetzt passt es auf, wenn ich hier hingehe und gebe mal ein Navigation und deaktiviert das Waypoints Granny and Grandpa. Das lustige dran ist, was das geile dran ist, die sehen einen dann und dann bleiben sie stehen. Okay. Es hat... Okay, das war jetzt ein geiles Beispiel. Okay. Geil. Ich kann mittlerweile auch Sachen herspawnen, was geil ist. Unity Engine Dot Game Opt. Genau. Gun. Wichtig. Bapp. Jupp, da Flakze. Und Arrow. Also Munition. Wenn mich ich jetzt täusche... Jupp. Da! War mal beides. Nur für den Fall des Falles. Ha! Sie! Jetzt, 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 jetzt hat es geklappt. Und sie siehst, sie sieht mich, aber sie bewegt sich nicht mehr. Das ist das Geile. Die Sache ist natürlich, wenn du weggehst und sie marschiert dann irgendwann wieder weiter. Aber sobald sie mich sieht, dann... Weißt du was? Braucht die gerade nicht. Ähm, fallst du um? Hallo? Boink. Wo ist Grandpa? Machen wir das ganze Spiel kaputt. Wir hacken das jetzt einfach kaputt. So schaut's aus. Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert's. So. Oh. Nice, das schaut. Platsch. Gut. Also, jetzt pass mal auf. Das ist halt jetzt das Geile, dass... Der Vorfell-Effekt war halt gerade voll für den Arsch, weißt. Warten wir hier. Ach ja, stimmt. Da gibt's ja überall. Auf Follow. Warten mal. Mir kommt da eine blöde Idee. Kann ich die beiden auch klonen? Theoretisch könnte ich sie. Wow. Also, was haben wir hier alles? Monster Position? Moving Furniture? Stellen wir alles aus. Radio machen wir aus. Wir machen wir alles mal aus. Die Shotgun brauchen wir gerade nicht. Wow, wenn ich mich ausstelle, dann hörst du nur noch. Gebritzle. Game Controller? All Hype. Nee. Boat Parent? Ach ja, stimmt. Das ist das Boot. Granny Parent? Aber dann ist sie wieder weg. Wir machen das jetzt heute nicht. Wir machen das jetzt heute nicht. Helicopter Parent? Was haben wir? Was gibt's denn da so alles? Was? Are you sure text? What is this? What is this? Keine Ahnung, was das ist. Egal. Blood Screens? Ach. Lol. Kann ich das direkt... Ach, wie vom Ende? Tag 4? Bitten Baby? Wow. Also, ich kann hier die verschiedenen Blood Scenes, ja, so heißen sie ja auch, einstellen. New Spawn Meat. Irgendwas habe ich da schon mal ausgemacht. Monster Position machen wir mal aus. Braucht Kassel. Reset Floor. Was haben wir da so alles eigentlich? The House. Oh, das war ein bisschen viel Haus. Monster Trigger aus. Jump Out Window aus. Das können wir halt immer aus dem Fenster raus, aber das ist wurscht. Hand Hold Objects. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel können wir in der Hand halten? Warte, warte. Das muss testen werden. Wie viel? Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ich aktiviere echt mal alles. Was? Hand Grenade? Was? Wie? Also, erstmal schaut es euch mal das an. Schaut es mal, wie viel Club Batsch wir da in der Hand halten. Ich mache hier alles kaputt. Ich mache alles kaputt. Schaut es mal. Hi Granny. Bleibst du stehen? Yep. Und schon schaut es euch wieder an. Ja, schweiba, wenn es blitzt. Gut. Also, wenn ich mal die ganzen Leaks ausmache. Leaks sind doof. Ich weiß nicht, ob dann die Wasserstelle weg ist. Du wirst schon. Ah, da haben wir noch. Oh Gottes Willen haben wir da viele Leaks. It's leaking. Wir machen mal alles an, was geht. Oh lol. Wir machen einfach mal. Was? Background noise? Okay. Was haben wir jetzt? Wow. Jetzt sieht das Ganze. Das ist jetzt wirklich bare bones. Oh lol. Was war hier drin? Ach, ein Doorlock war drin. Wow. Oh. Wir können jetzt eigentlich theoretisch gesehen ganz leicht flüchten. Lol. Okay, aber wir können die. Okay. Wir können die Treppe hoch, aber schön ist, was sich da alles versteckt. Da ist das Fleisch. Cool. Screwlock. Was? Ja, Christmas Tree. I don't care. Hi Grandpa. Wir machen mal ein paar Sachen. Bloodbed. Flashlight Holder. Extreme. Ach so. Lock. Ich. Will da noch kurz was ausprobieren. Irgendwas. Warte, es war nun mal unter House. I think. Ich glaub. Ich glaub. Jetzt haben wir das Kappelett kaputt gemacht. Schaut euch das mal an. Aber wenn wir schon mit dabei sind. Können wir. Da brauch ich Granny Parent. Das heißt, Granny Parent. So. Ups. Da ist sie. Äh. Wichtig ist, welches Granny Parent. Lass mal das testen. Ja. Das klappt tatsächlich. Das klappt tatsächlich. Das klappt tatsächlich. Jetzt haben wir hoffenweise Grannys. Das. Das sieht halt einfach so weird aus. Weißt. Das sieht weird aus. Aber dann sollte ich kurz die Waypoints mal kurz wieder anmachen. Theoretisch. Boah. Äh. Die Navigation Points. Ich hab ein bisschen Schiss davor. Ganz ehrlich. Huh. Okay. Vielleicht sollte ich Grandpa auch anmachen. Eventuell. Granny. Nee. Den vielleicht kurz ausmachen, damit sich Granny wieder bewegen kann. Nein. Okay. Wo ist Grandpa Parent? Das ist Navigation. Ich brauch's normale Parent. Okay. Ich muss schauen, dass sie mich sieht. Oh lol. Ich. Boah. Ich hab's halt zerstört ohne Ende. Wow. Wir gehen grad ins Nichts. Äh. Und wir. Wow. Ich glaub, ich hab's richtig zerstört. Okay. Laden wir nochmal neu. Ich muss das neue Laden. Wo war nochmal Grandpa Parent? Da. Bab, 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 bab. Bab, 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 bab. So. Jetzt haben wir Grandpa Kahn und 12.000 Mal kopiert. Weiß noch nicht, wo er jetzt ist. Ich hab zumindest meine Waffe jetzt nicht mehr. Okay. Das hat sich jetzt wieder resettet. Ja. Ich hab's definitiv kaputt gemacht. Greift die mich an? Ich glaub, ich hab das Spiel definitiv jetzt kaputt gemacht. Nee. Da marschiert er. Da ist einer. Wo sind die anderen Grandpas? Hallo? Wo sind die... Wo ist da? Achso, Foto. Wo sind die anderen Grandpas? Hallo? Ja, okay. Jetzt hat der mich wieder gesehen. Okay, alles klar. Also das funktioniert wieder. Wo sind die anderen? Ich hab ihn doch zehnmal... ...geklont oder so? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, zerstör mal weiter. Ich brauch grad Haus. Ich schau mal, wie viel ich... Okay, das sind die Textures. Das ist das. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt zerstöre effektiv. Ich weiß es nicht. Ja, das sind... Das ist alles vom Haus. Das ist ja alles vom Haus. Okay. Ich schmeiß hier alles runter. So, ich schau nur, wie viel ich zerstören kann. Ohne dass mir jetzt fallen. Das wär jetzt nice. Okay. Noch... ...bin ich good to go. Oh. Okay, wir könnten... LOL. Also in der Theorie könnten wir jetzt einfach fliehen. In der Theorie. Ah. Oh. Hi. Das wär immer interessant, aber wenn ich... ...das hier einfach ausmache. Ach, Cloakwater. Das war das Eigentliche, was ich... Fall mir jetzt permanent durch. Ich glaube jetzt. Fall mir permanent durch. Ne. Och. Okay, ich glaub, jetzt hab ich's ganz kaputt gemacht. Jetzt hab ich's ganz kaputt gemacht. Dann lasse ich's mit Granny zweimal gut sein. Ist nett, was man alles damit machen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.